ich bin hier grad unbewaffnet ohne werkzeugknall ach geil was ist das gold sattel eisendorn ich habe einen sattel cool die kann man immer noch nicht selber kraften oder nein meine katze wäre gerade hier irgendwo wieder unterwegs und habe links und rechts geguckt ist nicht von mir an oh man schon wieder ein creeper jedoch weg ich hab echt nichts dabei und es wird nachts kommen nach hause es wird nacht ich bin in der hölle ich komme ich kann nicht auf das scheiß was ist das ich habe mich die ganze sucht wollen wir eigentlich nicht kaputt machen ich hasse minecraft wer hat es nicht warst du zufällig in meiner höhle nein warum nur so weil was fehlt dir oh ich hab wieder holz das ist ja eine mine scheiße bin ich dumm du machst mich fertig ich bin so genius manchmal ein bisschen zu sehr so genius wie ich kann niemand sein so der brücke ist fertig warum auch immer ja oh fuck ja geil jetzt hat er meine was machst du denn oh man ich hab mir gerade eine spitzeige kraftet von mir ist ein creeper auf einmal also von mir hat ein creeper gestanden ich drücke aus was ihn cool und er platzt und meine spitze ist weg du hast nicht mehr genug eisen oder wie soll ich stein oh nein ach so stimmt ja oh god was los wenn du wüsstest wie es bei mir gerade aussieht minecraft trollt mich komm o b b das Toll, jetzt versuche ich den Diamanten wiederzufinden, aber ich finde ihn nicht mehr. Oh, endlich wieder eine Spitzhacke. Technischer Fortschritt. What the fuck? Ach, das ist also ein technischer Fortschritt. Wieso erst jetzt? Ich weiß es nicht. Ich komme zurück, wenn ich mich erst mal hier hochgefarmt habe. Okay, macht das. Ja, ich finde den Diamanten nicht mehr. Komm, es war nur ein Diamant und Diamanten findet man schnell. Das waren mehrere. Also darunter waren bestimmt noch mehrere. Nein. Doch. Babyzombie auf Huhn. Ach du Scheiße. Alter, ich habe gelesen, die sind so endlos selten, weißt du das? Ich weiß. Ich weiß. 0,2% war das. 0,2%? Wie viel war das? Schwer hinein, schwer hinein. Die klärt automatisch wahrscheinlich. Nein, ich sperre die einen in Glas, in Glas. Bitte, 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 bitte. Glas, habe ich Glas? 14 Glas. Cool, passend zu mir. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Andere, Zombie, ich bin gleich tot. Oh, ich bin gleich tot. Weg hier. Mach auch so retzen. So. Recken. Was? Wie heißt das jetzt eigentlich? Retzen oder recken? Wie? Was? Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, mir die ganzen Kabel um die Füße zu wickeln. Alter. Baby, Huhn, Zombie ist bei mir zu Hause dran. Oder auch nicht. Wer lebt denn noch? Ja. Hast du ihn eingesperrt? Noch nicht. Mach mal extra so ein Gehäuse für ihn. So um ihn rum mit Holz. Wie so eine Trophäe. Das ist ein Teil flink. Und jetzt nicht schnell. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Alter, war das ein Creeper bei dir oder bei mir? Bin ich bei mir bei mir. Oh, scheiße. Bei mir. Noch ein Creeper? Oh, Mann, ich hasse diese Hürde. Ich will hier raus. Oh, verdammter Kacke. Was denn? Was denn? Das ist, der, der ist so schwer einzufangen. Das glaubst du nicht. Ja, das ist er bestimmt. Oh Gott. Komm, irgendwie muss man es doch schaffen. Oh, mach mal der Damage. Es kann doch nicht sein, dass so ein kleiner Mini-Zombie auf dem Huhn so viel Damage macht. Lapis, Eisenbahn. Gute Neuigkeiten. Was, Lapis, hast du dich? Melonen und Kürbis. Wir können sie jetzt ausbauen. Also, wir können die Farm machen. Komm, ja. Farm rein, farm rein. Ich habe Melonen-Kürbiskerne. Hier, ey. Oh, bin ich. Das ist mir jetzt. Ich dachte, die wären ultra-Selten. Oh Gott, ist das viel Flink. Ich komme zu dir. Das ist hinten, es wird gleich Tag. Ich hoffe, der steht jetzt hier, wenn wir nicht weg. Ich sperre hinein. Oh, shit. Versucht, in Lava zu schwimmen. Ja, frag mich. Komm hier rein. Komm rein. Komm rein. Ich komme, wo ist er? Hier, direkt von meiner Haustür. Tür. Ist er drin? Nein, der steht, springt hier doch an der Seite. Hä? Dann mach mal, dann mach das Glas um ihn rum, hier. Oder gib mir das Glas, gib mir das Glas, gib mir das Glas. Gib mir das Glas. Ich habe nur noch fünf. Ja, gib das her. Und der steht gerade direkt vor mir hier. Gott, ja, ja, ich weiß. Moment. Ach du Scheiße. Schlag ihn nicht. Ja, Moment. Ja, wir müssen hier irgendwie... Du musst in der Höhle. Du musst... Untergrund, Untergrund, Untergrund. Ich habe eine Idee. Soll ich mich hier drunter jetzt graben oder was? Hier. Spring hier rein, damit er auch reingeht. Hier rein. Na, ich kann ja ganz locker sterben. Das ist ja nicht so. Komm raus, Baby-Sompy. Ist er noch da? Ja, der steht aber im Sand fest oder so. Nein! Ich will dich das nicht verstehen. Hier rein, hier rein. Schnell, hier rein, wo ich bin. Hier rein. Spring rein, damit er reinkommt. Ich weiß aber nicht, ob er mir gerade hinterherkommt. Wo ist er? Ist er noch in deinem Haus? Der ist... Der ist tot. Ehrlich? Nur noch das Huhn ist ja. Naja, wir könnten das Huhn auch fangen. Nein, Töte ihn. Tu es nicht. Stirb so. Du meinst da! Oh, halbes Herz. Naja, gut. Ich habe es auf Video. Ich meine... Ist ernsthaft? Hätte ich jetzt noch das App auf dem Handy? Warte mal, ich mache einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da. Ich schaue nach. Was, Alter? Guck dir mal mein Haus an. Hast du das? So, ich habe die Aufnahme gerade kurzfristig wieder gestartet. Minecraft. Das Schaf soll sterben. Oh, wie hieß das? Oh, wie hieß das? Warte, Downloads. Meine Apps. Da stehen alle Apps drin, die ich jemals drauf hatte. Auch von meinem alten Handy, wie das auch immer möglich ist. Installiert, 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 installiert. Ich will zu den... Achso, da. Alle. Minecraft Pocket, so hieß das. Ist mir gerade eingefallen. Befeuchter, jetzt. Oder? Nein. Ach, Gott. Was denn? Ich weiß nicht mehr, wie das App hieß. Die App, oder nicht? Mhm. Ich habe das nicht gesagt. Du hast das App gesagt. Meiner Guide ist das... Das ist bestimmt ähnlich, aber... Clever Book. Da. Da wird das genau beschrieben akzeptieren. Das ist schon schließlich. Baby Zombie, Baby Zombie. Hör mal auf. Oh, ich sag noch, letztens, oh, ich will unbedingt eins sehen. Du hast es schon wieder getötet. Was denn? Oder hast du es außen... Nein, oder hast du es schon wieder getötet. Du scharfen Mörder. 31%. Vielleicht haben wir es. Endlich. Was, endlich? Ja, hier Eisen. Du hast noch kein Eisen? Ja, jetzt, ja. Ich habe ja gefahnt. Ich habe nur noch elf. So, ich muss jetzt bald wieder ausbauen, weil meine Kisten verlaufen. Hm. Wie viel Kohle hast du? Nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Okay, gut. Wieso? Sonst farme ich mir jetzt selber Kohle. Brauchst du welches oder wie? Ja, aber zu viel. Achso. Installiert's? Also, es ist gedownloadet, jetzt installiert's gerade. Vielleicht werden wir es wissen. Ich gehe Holzfarm. Ich mache mir eine Eisenspitze. Ich habe auch schon Eisensachen. So, das App ist fertig. Okay. Blocks. Spieleinfo. Mobs. Huhnreiter. Ziemlich viel Leben. Angriff einfach. Nur mal Dingens. Der Huhnreiter ist extrem... Er ist ein extrem seltener Mobs. Das Leben des Babyzombies beträgt zehn Herzen. Und das Huhn 2... Die Chance, dass ein Babyzombiehuhn aufspawnt, liegt bei 0,05%. Meine Fresse. Wow, jetzt sind wir Fame. Oh ja? Oh, ich habe keine Kohle mehr. Scheiße. 0,05%. Das müssen wir feiern. Celebration was... Come on. Uh. Unser Team ist was... Dynamit. Unser Team ist was... Dynamit. Unser Team ist was... Tch, 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 tch. Boom. Dynamit. Hab dich lieb. Schlaf schön. Was auf, wenn man keinem Bruder zu nerven. Was heißt nerven? Zu wecken. Hast du Faden? Ähm... Einen Faden habe ich dabei gerade. Ich weiß nicht, ob ich zu Hause welchen habe. Darf ich mir zwei Stück nehmen? Ich habe nur einen dabei gerade und ich bin gerade... Zuhause, weil die zu Hause meine ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu Hause welche habe. Habe ich zu Hause welche, dann kannst du dir welche nehmen. Wenn nicht, dann nicht. Hast du nicht. Okay. Ich habe gerade einen im Inventar. Ich habe gerade, dass man Wolle nicht zerlegen kann, zu Fäden. Ja, finde ich eigentlich auch schade. Andersrum halt. Und wie ist die Brücke geworden? Fertig? Wer kannst du dir anschauen? Ich mach noch ein Screenshot. Ah, wir bist aber noch hier über die Insel. Hm. Ich komme zurück. Ich sehe dich schon in der Entfernung. Okay. Und ich verhungere. Ich habe 20 Fleisch dabei und verhungere. Ich bin zu faul zum Essen. Zu blöd. Zu faul. Zu beides. Alles okay? Ja. Das selbe Problem, was du bei LOL immer hast. Ein Noob-Team. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich brauche noch ein paar Sachen, aber... Und zwar? Und zwar... Sehr viel Cobblestone. Warum? Warum farm welches? Na, ich bin zu faul. Ich farm die ganze Zeit und ich bin der Typ mit dem Let's Play. Was machst du? Ich stehe neben dir. Und bau dein Crafting-Table ab. Alter... Das hätte ich nicht tun sollen. Fuck, das hätte ich total vergessen. Alter? Ehrlich? Nein? Wieso? Oh nein, wie soll ich das getan? Ach, was ist das denn? Ehrlich? Oh, wieso habe ich das getan? Was ist das für ein Stinges? Hä? Wtf? Hi. Wieso? Keine Ahnung. Wieso habe ich dein Crafting-Table abgebaut? Alter. Wieso machst du das? Dein Geheimat... Äh, hier... Hentai-Kellow oder was? Direkt unter deinem Haus. Nein! Ich habe gerade mein Haus ange... Nein! Ich habe gerade mein Haus ange... Mach schnell aus. Bitte, 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 bitte. Schnell, bewegt dich. Beweg dich. Alter. Alter. Mein Haus brennt. Mein Haus brennt. Wieso brät dein Haus? Hilfe! Der Boden brennt. Scheiße. Nein! Nein! Fuck! Wie hast du das hingekriegt? Ich wollte kochen. Oh, Mann. Ich sollte nie wieder... Wieso habe ich eine Tür? Weil du meine rausgerissen hast? Nein! Nicht wirklich. Ehrlich? Wann? Egal, dass du dich ja ehrlich rausgegraben hast. Okay. Hä? Was machst du? Hör mal auf, bitte. Alter. Schon okay, schon okay. Kannst du aufhören? Kann ich machen. Wenn ich du wäre, würde ich schnell nach Hause gehen. Hör mal auf damit. Das ist überhaupt nicht lustig. Ach, komm schon. Und... Have fun. Was hast du getan? Bei mir? Oh, Mann. Du hast mein Haus angezogen. Egal, komm. Beruhigen wir uns, okay? Bevor das gleich wieder eskaliert.